Yo liebe Leute, Theo hier, ich begrüße euch recht herzlich und unter dem letzten Video habe ich das öfter gelesen, dass ihr mal Mario Kart 8 Deluxe Glitches sehen wollt. Und da habe ich mir gedacht, es gibt einige kleine Glitches in Mario Kart 8 Deluxe für den Nintendo Switch, aber halt wirklich nur kleine lustige, die auch nicht so schwer sind. Da habe ich mir gedacht, komm, mache ich in den Top 5, zeige euch jetzt 5 kleine Glitches in Mario Kart 8 Deluxe, was meiner Meinung nach das beste Mario Kart aller Zeiten ist, weil es wirklich das beste aus allen Mario Karts vereint zu einem ultimativen Mario Kart. Aber trotz dessen, dass es so neu ist und dass es so, ach so perfekt ist, gibt es dennoch kleine Fehler, die ziemlich lustig sind, ich zeige sie euch. Ich würde sagen, wir beginnen. Viel Spaß! Der erste Glitch, den ich euch zeige, ist auf der Kumu Weide, sprich auf der Mumu Mido Karte, also so heißt es zumindest auf Englisch. Und wenn ihr dort direkt nach dem Start recht, in diese komische Holzbretterbrücke oder diese Tribüne oder was das sein soll, wo diese Todes dran rumbringen, die ganze Zeit. Wenn ihr da gegenfahrt und die ganze Zeit euch dreht, so komisch wie hier eingeblendet und ein bisschen driftet und ein bisschen das so komisch macht, so dass Lakitu kommt, um euch die falsche Richtung anzugeben, aber er muss hinter der Tribüne sein. Dann seht ihr, wie verbuggt, guckt euch mal diesen Lakitu an, wie verbuggt der die ganze Zeit rumfliegt. Er kann euch gar nicht mehr richtig anzeigen, ob ihr jetzt in der falschen Richtung fahrt oder nicht, weil er einfach da festhängt. Auf jeden Fall ein lustiger Glitch, der bei manchen Karten geht, überall, wo man Lakitu irgendwo komisch hinterhaken kann. Ein weiterer kleiner Bug oder ein Glitch oder wie man es auch mal nennen will, ist auf der Map Tick-Tack-Clock, diese komische Uhren-Map. Dort gibt es ja eine Stelle, wo so ein runder, riesen Zeiger, so ein Uhrwerk ist mit so einem großen Stundenzeiger und einem Minutenzeiger. Und wenn ihr euch dort auf den unteren Zeiger stellt, geht einfach der größere Zeiger, der Sekundenzeiger, durch euch durch. Guckt euch das mal an hier, aber sobald man ein bisschen weiter oben rausguckt, merkt das Spiel, dass da irgendwas falsch läuft und man ist dann sozusagen auf dem Zeiger wieder drauf. Aber für kurze Zeit ist man wirklich verschwunden unter dem Zeiger. Ist auf jeden Fall ein kleiner Mini-Glitch oder ein Bug wohl eher. Ein weiterer wirklich lustiger Glitch, der einfach komplett das Spiel zerstört, ist auf der Map Electrodrome. Wenn ihr dort nämlich einen Königspilz habt und bei der Rampe genug anlaufen und wirklich die ganze Zeit durchfeuert den Boost, dann wechselt ihr in der Luft ja zum Gleiter, aber Leute, ihr fliegt da durchs Dach, also ihr backt wirklich in der Wand und seid für kurze Zeit durchs Dach, was auf jeden Fall nicht so sein soll. Ein weiterer richtig lustiger Lakitu-Glitch in Mario Kart 8 Deluxe ist auf der Map Mount Wario. Eine Map, wo man von A nach B fährt und zwar von einem Berg oben bis ganz nach unten ins Ziel. Und alles ist so vereist, aber wenn ihr da direkt am Anfang von der Map gleich nach links abdriftet sozusagen, nach links unten und euch hinter der Bande die ganze Zeit, hinter diesen kleinen Absperrungen sozusagen durchschlängelt, bis ganz nach hinten zum Berg und dann da erst sozusagen von der Map runterfallt, dann passiert wirklich was ganz Lustiges. Lakitu nimmt euch nämlich an einem Affenzahn richtig schnell und zieht euch durch die halbe Map wieder an den Anfang fast zurück, was auf jeden Fall so nicht sein sollte. Als letztes stelle ich euch ein richtig cooles Out-of-Map vor. Und zwar habe ich das hier als letztes extra genommen, weil es am coolsten ist, meiner Meinung nach. Und zwar auf der Map Sherbetland müsst ihr genau an dieser Stelle, wo ich es euch hier zeige, ihr seht ja unten rechts die Map, euch so komisch langklippen, dass sie sozusagen mit dem Kopf in der Wand steckt. Und dann müsst ihr einfach ganz vorsichtig rechts runter euch ins Wasser schlängeln. Ich zeige es euch hier eingeblendet, wie es funktioniert. Zack und schwuppdiwupp seid ihr in der Wand. Und dann könnt ihr ein bisschen Out-of-Map da rumfliegen. Lakitu zeigt euch zwar, dass es die falsche Richtung ist, aber ihr seid Out-of-Map kurz. Wenn man vorsichtig ist, kann man sogar noch weiter. Und das ist eine Art von Glitches, die in Mario Kart 8 Deluxe bei vielen Maps funktioniert. Dass man ganz vorsichtig so runterspringt und es gibt mehrere Out-of-Maps, was wirklich cool aussieht und wirklich Spaß macht auch. Sollt ihr mal Langeweile haben mit Mario Kart 8, müsst ihr unbedingt mal dieses Klippen ausprobieren, durch die Wände zu klippen. Ihr seht hier, wie es geht. Man braucht aber ein wenig Übung dafür. Ja, Leute, das waren ein paar Glitches. Es gibt wirklich noch mehr kleine Bugs und Glitches in Mario Kart 8 Deluxe. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid, dass ihr nochmal Bock habt auf einen Part. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute. Viel Spaß beim selber Glitchen. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo. Ciao und tschüss, euer Theo.